Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Da ist noch eine Kiste, das heißt so geradeaus. Jetzt irgendwo rechts muss die sein. Da irgendwo. Ah, sag nicht, die sitzt auch unter uns. Ja, die muss dann unter uns sein, weil hier ist nix. Scheiße, muss jetzt nach unten? Da oben wird sie nicht sein. Na, hier kann ich nicht runter. Und dann kann ich hier runter. So. Da hinten muss sie sein. Jetzt ist es mit euch los, wenn wir uns nichts zu tun. Mitten in der Nacht hier rumstehen. Schöne Höhle. Meins. Gut, was gibt's hier noch? So. Eigentlich haben wir jetzt nur mehr diese Kiste hier. die Kiste und diesen Auftrag hier, den wir nach dieser Kiste machen. Alles klar. So, jetzt nach oben. Hier geht's auch rauf anscheinend. Jo. Ist eine Abkürzung. Nein. Muss man hier gehen. Alles klar. So, ziemlich gerade. Es gibt übrigens sehr viele Minigames, was ich so gesehen hab. Gut, die ist da drin, die Kiste, oder was? Oder drunter, oder wo ist sie? Ich glaub, die ist drunter. Ha, komm mal runter. Edward. Komm. Ich glaub, die ist da dahinter. Oder da drinnen, oder so. Irgendwo hier. Wie kommt man da rein? Hier? Jo, jetzt haben wir's. Wo bei uns ist das Geschäft. So, wir haben alles. So, jetzt der Auftrag noch. Und, äh, vielleicht ein Minigame, ne? Es gibt übrigens sehr viele Minigames, was ich gesehen hab. Nicht nur ein, zwei. Äh, manche muss ich erst lernen. Also, ich weiß nicht, ob wir uns das antun sollen in einem Let's Play. Also, Dame, Mühle und so weiter. Eine Runde kann man ja machen, aber... Ich glaube, sonst wird euch das nicht so wirklich gefallen, ne? Weil, es ist schon ein bisschen öde. Also, wer will den Mühle sehen, ne? Also, wie gesagt, eine Runde ist drin, aber dann lassen wir's Mühle. So, fortsetzen. Ich hoffe, ich kann's, ne? Ich mach den ersten Zug. Ähm, wir spielen auch um Kohle. Gleich um 500, vielleicht gewinne ich ja. Wär nicht schlecht. Wir haben zwar genug Kohle, aber... Wow, Reintrain und so, ne? So, wir setzen hier in den Stein. Ich hoffe, ich kann's noch. Taktische Ansicht, was kann man da machen? Nee, da ist diese Ansicht besser. Dann setzen wir... Ja, vielleicht kann ich ihn austricksen. So. Hier in den Stein. Jetzt muss er hier, glaube ich. Ansonsten hab ich sowieso meine Mühle. Genau. Dann setzen wir hier in den Stein. So. Jetzt setzen wir hier in den Stein. Und ich glaube, ich hab ihn jetzt. Also, eine Mühle müsste ich hinkriegen jetzt. Äh, ich dachte, er setzt hier, aber okay. Dann mach ich diese Mühle zu. Und nehm mir diesen Stein hier. So, jetzt muss er wieder hier hin. Jo, das glaube ich auch. Jetzt müsste er wieder hier hin, wenn er schlau ist. Was er ja ist. Und ich muss jetzt aufpassen, was ich hier mache. Äh, ich glaube, ich hab ein bisschen der Zwickmühle jetzt. Aber egal. Wir zwingen ihn jetzt einfach, hier runter zu gehen. So kann ich ihn zwingen, dass er was... Äh, setzt. Was, der macht das nicht? Ne, bin ich dumm. Bin ich dumm? Das ist ja mein Stein. Nicht mein Stein, so. Ah, ja, gut. Fehler, Fehler, Fehler. Das hab ich ja voll übersehen. Äh, bin ich blind? Der ist noch nicht weiß, der Stein. Aber alles klar, er hat mich, ne? So, dann setzen wir den hier hin. Den wird er zwar gleich wegnehmen, aber naja. Ne, macht er nicht. Genau. Hm, ja, okay. Dann setze ich hier hin. So, jetzt nimmt er den. Wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich Mülle auf und mit den Zuse in die Richtung. Das ist ein bisschen... Ah, das ist ja blöd. Jetzt hat er eine Doppelmühle. Ich glaube, der fickt mich jetzt ganz schön, Leute. Ich glaube, der fickt mich ganz schön jetzt. Ja, ist nur den. Scheiße, also das war jetzt nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Kann man denn eigentlich weg, so? Ne. Shit happened! Ne, ich hab's bissl versaut. Aber okay. Ne, jeder macht mal Fehler. Ja, Mülle ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Jetzt werde ich untergehen. Hier, Leute. Jetzt werde ich untergehen. Ich glaube nicht, dass er da schlagt. Oh, diese kleine Ratte. Jetzt kann ich gar nicht mehr ziehen. Scheiße! Voll verloren, Leute. Voll verloren! Mann, jetzt bin ich aber angepisst. Scheiße! Na gut, investieren wir hier noch 200 für eine Info. Na komm, sag schon. Was gibt's Neues? So, was haben wir erfahren? Wo, was, wie, wer, wann? Ah, eine Leiche. Eine Schatzkarte. Ah! So wird die Karte halt nach und nach aufgedeckt. Das finde ich gut. Ähm. Da oben ist dieser Auftrag. Wie kommen wir da hin? Hier. Weg da, Torsee. Hier irgendwo muss das sein. Was? Hier, rechts. Ah, da. Okay, alles klar. Schauen wir mal, wer sterben muss. Mach ich. Kein Problem. Ich hoffe, der ist auch in der Nähe hier. Ich will nicht um die halbe Welt segeln. Das wäre nämlich ein bisschen aufwendig, ne? Wo ist er? Hatten da das Ziel. Hier. Und wo sind wir? Wo sind wir? Ja, da. Okay, das ist ja nicht so weit. Das markieren wir. So, hier haben wir alles gemacht. Jetzt schaue ich nochmal. Haben wir hier alles gemacht? Assassinenaufträge. Ja, zwei. Okay, das haben wir nicht gemacht, ne? Ist ja klar. Aber die werden wir jetzt machen. Zumindest in einem. So, runter, Edward. Das geht wesentlich schneller. Zack, zack. Zack, zack. Und zum Schiff. Zu der Jacksaw. Dann segeln wir dorthin. Und... Ey. Nicht da rauf gehen. Und treten denen in den Hintern. Dann hätte ich ja eigentlich übers Boot auch machen können, wäre schneller gegangen. Aber naja. So komme ich auch rauf. Hopp. Lol. Bist du jetzt bitte da aufs Schiff? Oh, Mann. Junge, junge, junge. Yeah, Captain ist hier, Leute. Alles klar. Na, freu euch, ne? So, hau mal ab hier. Nehmen wir Fahrt auf. Au, 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 au. Au, au, au. Oh, mein armes Schiff. Oh, hier nicht einfach fahren. Hier nicht einfach fahren. So. Sollen wir den versenken da? Wartet mal. Hier ist was. Das nehme ich mit. Das nehmen wir mit hier. Und da müssen wir hin. Das heißt... Turbo. Segel ja hoffentlich... ordentlich. Da drüben links. Ist auch noch Treibgut, aber... Oh, da holen wir sie uns. Ist ja wurscht. Es liegt am Weg. Was man hat, hat man, oder nicht? So. Geht das zackiger. Drei Feuerfeste. Nice. Aber ich glaube, wir hatten hier schon genug. So, was ist mit dem Schiff hier eigentlich? Ist es kaputt? Eine englische Brick. Was ist mit der? Die ist... Was ist mit denen? Die sinkt hier, oder was? Irgendwas... Da kann man doch was... ...abstauben, sage ich mal. So. Hier müsste Treibgut sein. Kann man die entern? Nee. Nee, kann man nicht. Kann ich nicht nehmen. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Drehen wir um da und fahren auf unser Ziel zu. So, hopp jetzt. Jetzt haben wir es ein bisschen heilig. Wo sind wir schon da? Ey... Hier gibt es doch Treibgut. Das ist doch... Vielleicht unter dem Schiff. Vielleicht wenn ich es versenke, oder so. Dann versenken wir es halt, ne? Ja, jetzt nochmal. So. Weg ist sie. So, da wird es jetzt hoffentlich was geben. Nämlich ordentlich Treibgut. Hoffentlich. Wo ist unser Ziel jetzt? Das müsste doch auch hier sein. Hier drin wahrscheinlich, oder so, ne? Reinschiff. Das Ziel aufspüren, ja. Das ist wahrscheinlich eins von diesen Schiffen hier. Äh, jo. Ja. Ah, scheiße. Muss ich das hier abknallen, das da? Fregatte. Nee, nee. Die lassen meine Ruhe. Bin ich bescheuert. Ich bin echt nicht bescheuert. Die lassen wir schön in Ruhe da. Bin ich bescheuert. Da muss man nur wesentlich stärker werden. Das ist einer von denen da, wenn ihr mich fragt. Aber welcher? Was ist das da? Ah, das ist es. Okay. Ja, aber... Wie soll ich die denn... Scheiße. Ja, wir könnten denen nachsegeln. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Und die dann schnappen, ey. Weil, äh... Hier sind drei Schiffe. Das geht gar nicht, ne? Rammen die mich jetzt, oder was? Oh. Alter, da wollt ihr mich rollen? Verpisst euch hier. Sie sind im Wege. Scheiße. Sie sind voll im Woh... Oh, wow. Sturm. Ja, Sturm ist mir egal. Äh, nicht rammen, ihr Idioten. Mann, habt ihr keine... ...eigenen Wege. Komm, geht weg von mir. So, ich bin ja eh schneller. So, dann holen wir uns da vorne. Den holen wir uns, Leute. Den holen wir uns. Hier ist überall Treibcode. Ich glaube, das gibt es öfters, ne? Beziehungsweise, das war kein Treibcode. Das war... Fahren die uns nach? Ja. Aber sie sind wesentlich langsam. Ähm. Wir sind schneller wie die, bilde ich mir jetzt ein, ne? Da vorne gibt es auch etwas. Ne, das sind solche Fässer. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Schön vorbeisegeln. Oh, da. Und jetzt schnappen wir in uns. Wollen wir da mal stoppen, dass er nicht mehr abhauen kann? Beziehungsweise, was macht denn der da? Wenn ich den hier angreife, dann bin ich, glaube ich, dran. Aber egal. Scheiße, Hutons ist das andere Schiff, das ist jetzt... ...nicht so gut. Das ist das andere Schiff, das hilft ihnen natürlich, das ist blöd. So, versenkt er was. Wir werden das jetzt aufsammeln und einfach abzischen. Das Ziel habe ich ja eliminiert. Ne. Das Ziel ist am Land, Leute. Ich glaube so nicht. Sag mal. Beherrscht euch mal. Ich habe jetzt mehr, äh, Feuerkraft. Ja, jetzt haben sie uns erwischt. Also das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen, weil die haben heute immer Hilfe, ne? Den alleine, den mache ich platt. Aber, ja, der war nicht alleine. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich schon hier bin, was ist das denn? Ach, das ist scheiße. Jetzt müssen wir da nochmal hin. Das ist echt okay, Leute. Wo ist denn das? So, wieder am Arsch der Welt. Wo ist es? Hier. Ach, ich hatte den schon, ey. Und dann kommt wieder so ein Arsch und hilft ihm, ey. Dieses Kacke. So, da gibt es was zum Holen, oder wie? Oder was ist es jetzt? Das kann man einstrafen, oder wie kriege ich das jetzt? Das verstehe ich noch nicht ganz, was ich mit dem machen kann hier. Das ist ein Schiffswerk. Und da gibt es etwas, oder wie? Ja, schauen wir mal. Kann man sich das irgendwie sonst holen? Ich schau mal auf die Karte, da muss doch was dabei stehen. Was mit dem ist. Erhält einen Plan und einen Upgrade. Ja, aber wie kriege ich das... Kriege ich das rauf da irgendwie, oder so? Ja, ich hüpfe mal ins Wasser. Ist es unter Wasser, oder wie soll ich das verstehen? Das ist nur noch ein bisschen ein Rätsel, wie das funktioniert mit diesem Wracks hier. Schauen wir mal. Ne, unter Wasser geht es mal nicht. Muss ich vielleicht noch im Zuge der Story erledigen, oder so? Im Moment kann ich hier nichts machen. Tja, schade, 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 ne? Aber ist halt nicht, ne? Im Zuge der Story wird man das, ich sag mal, sicher noch lernen, was man hier machen kann, oder so. Weil so kann ich gar nichts machen, ne? So, jetzt werden wir da schnell hin. Wo wir hin müssen. Das muss jetzt zackig gehen. Zack, zack. Den eliminieren wir jetzt. Nochmal spielt sich der nicht so mit uns. Aber das Meer ist schon cool, die Wellen und alles. Also das haben sie echt geil gemacht. Da ist ein Fragment rechts, aber das lasse ich jetzt mal stehen. Ich will... Ich will das jetzt, äh... Ich will das jetzt haben. Dieses, ähm... Dieses Ziel möchte ich machen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, Let's Play. Tschüss! Ding-Dong! Untertitelung des ZDF für funk, 2017